Willkommen zum nächsten Video. Es geht wieder weiter. Auch hier. Ich brauche 150.000 Punkte. Natürlich auch wieder hole ich alle drei Sterne. Lass mich nicht in meine Zone kommen. Achso. Erzähle Trifftpunkte in der Driftzone. Alles klar. Oh, fahr doch geradeaus. You want a shirt? Dude, I'll get you a shirt. I'll get you a dozen shirts, plus socks, no problem. You should try a Drift tap skill. So before they got to work on it, this was a Nissan S14 240 SX. Iron Block LS, supercharged, with about 800 foot-pounds of torque. Pretty sweet. Ne, im Viertgang driftet er nicht. Kann ich ganz normal fahren. You have to know the rest of the weekend. It's only three thousand sportsmen. Da fängt es an. Ein bisschen zu weit raus. Nein, wegen 500 Punkten oder so. Bumper-to-bumper auf der Donut-Media-Formula-Drift Nissan 240SX. Was denkst du? Schreib einen Kommentar, einen Like und... Oh, warte, keine Ahnung. Aber du solltest doch abonnieren. Nochmal. Ich muss da jetzt nochmal hinfahren. Oh, Mann. Schnellreise geht natürlich nicht. Man kann es ja versuchen. Wir machen Klamotten. Wir machen Klamotten. Ich kürze einfach mal ab. Jetzt weiß ich, dass ich im zweiten Gang bleiben muss. Ich muss das noch mal ab. Ich muss das noch mal ab. Ich muss das noch mal ab, aber es wird nicht so. Und ich muss das noch mal ab. Ich muss das noch mal ab. Nicht schön, aber es reicht. Da geht's. Bumper zu Bumper auf der Donut Media Formula Drift Nissan 240SX. Was denkst du? Schreibt einen Kommentar, Like und Sub... Kriegt man auf jeden Fall besser hin. Aber du solltest doch abonnieren. Kriegt man auf jeden Fall besser hin. Aber na gut, es reicht, es reicht. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal.